Geocaching oder so? Ja, das war doch ne Zeit lang, ich war voll in, Digga. Ja, dieses Geocaching, wo du so ne App runterladest? Ja, ja. Ich setz aber nie so richtig. Alter, noch ne Gold, jetzt schon. Alter, einfach zwei Gold, das ist super so, das ist krass. Aber niemals im Tourney sowas. Naja. Den Dirty findest du nur den Destroyer aus. Ja, ich hab manchmal auf dem Dach einfach gar keine Waffe da oben. Alter, der Rochenmann. Ja, 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 der finisht mich. Er ist hinter mir, am zweiten Step. Einer hol mal den Digga. Einer hinter mir. Alter, bisschen komisch, wenn wieder was abgeht. Die alle, ich bin. Tot, ein Zertrüppel. Ja, wie ein neues Team. Eingedown. Oh, oh. Hier oben dann. Alter, was ist hier los. Da vorne ist in der Hütte einer. Der Mark, der ist hier drin. Nein, 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 der ist nicht, Bro. Sein Teammate ist an Orange Mark. Ja, das ist der letzte Teammate, oder? Neues Team auch. Ja, das neues Team. True, true, true. Ja, geht gleich. Das waren die, das waren die vom Superstar. Der ist noch ein neues Team, das ist noch ein neues Team. Ja, stimmt. Einer wurde gewonnen und das ist... Das wird wieder so geschaut, alles. Alter. Einer ist down. Ich hab die, glaube ich. Das waren zwei von denen. Ich hab die. Ja, dann hast du die drei. Geht der schon mal wieder superlos hier, der Pack. Ich hatte vor einem Ding. Einen MG. Ja, ich hab's gesehen. Warte kurz. Ich zieh dich rechts hoch. Ja. Ich hante hier die Lonely Soul, der rennt einfach unten lang. Was ist denn bei ihm kaputt? Ich sage, er hat Shotgun und tötet mich jetzt. Hat jemand noch eine Jö-Jö? Nee, aber im Watcher kann einer kaufen. Alter. Da shoppt einer. Die waren safe zum Loadout, ne? Alter. Ach, ich hab' ihm schaut, was ist. Ich kann den shoppen. Die sind da hinten an den Zelten. Ich hab' die, ich hab' die. Ich hab' die, ich hab' die. Nice, perfekt. Ich hab die schlechte Klasse gedacht, ich weiß nicht mal warum ich die noch in meiner Dings hab, was ist, hab ich hier gerade genommen? Sind welche, auf dem Dach. War echt nicht verdient. Soll ich dir was holen, Bro? Nein, nein, das ist wirklich so messed up das Ganze. Kann man nicht mehr helfen? Nee, das ist irreparabel, der Schaden. Pass auf, komm. Er ist hier unten. Sheetbreak da oben. Geht ihr denn? Genau, genau am Ding. Ja, ich sehe ihn leider nicht. Oh, jetzt da piekt einer. Das snipe da noch aufpassen. Ich hab ihn down. Der snipe das? Ja. Ich bin hier hinten aufs Dach. Den hab ich... Nee, der snipe den hast du nicht down. Den hab ich jetzt dann. Ja, ich hab den anderen down. Ich zieh mich auf der echten Seite hoch, Jungs. Oh, ich meine, ohne gepoppt. Ja, Bruder. Die wollen ihn reviven. Ja. Ich bin noch schneller hin. Ende des Tages bekommt jeder das, was er verdient. Und die werden jetzt einfach gestunnt. Werden so abgeschlachtet. Der andere ist tot. Einer ist tot. Es sind noch zwei. Sind noch zwei. Kampisch holen. 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 Hätsel. Wer ist John McClane. Irgendein Schauspieler oder so, ne? Oder irgendeinen Film. Ich bräuchte Plates. Oh. Kippt doch nicht hier. Er ist hier direkt. Er ist da bei diesem Ding. Riley Reed. Ich hole mich. Kann der mich anbiegen? Ja, ich krieg's dich gleich an. Warte. Ist der noch ne Drohne? War der unten? Ja, ich hole mal los. War der unten? Der war hier. Der lag hier. Der war hier oben an diesem Ding da. Alter. Von oben. Vom Dach. Vom Dach. Von oben. Alter. Oha. Was? Was geht denn jetzt? Genau. Genau. Oben. Auf dem Dach. Oben einfach. Irgendwo oben. Versuch hinter dir zu kommen. Keep die mal updated. Multiple Tango. Jaja. Alter. Der hat mal auf mich geschossen. Kann sein, dass der runter springt jetzt. Oh oh. Wo meinst du, du fängst zu mir gucken? Ich hab einen. Ich kann dich nicht. Jetzt. Wo? Sagen wir wo? Der snipe da oben. Der snipe da oben. Ja. Hier oben ist so shit. Wom wegkommen. Wir klettern mal über alles rüber. Irgendwo hier oben bei mir, ja. Ich komme. Sehen aber da nicht. Guck mal, ob er ein Blunder fliegt. Ich hab ihn hier irgendwo gesehen. Ich hab ihn gedowned. Mad Max. Mad Max. Ja, was ist das hier für ein... Ist der runter gesprungen? Ich komme auch hoch. Das ist halt geil. Junge, 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 Junge. Jetzt falle ich hier einfach unter. Du bist ja irgendwo am rumquinschen. Stirb langsam. Ah, okay, genau. Plus Willis. Genau. Danke Chat. Der Albe ist in der Twitch Chat. Aber einen. Hier sind zwei. Dirett mal unter mir. Dirett unter mir. Ich komme mal. Warte, warte, warte. Da ist der. Sehen. Auf der Brücke oder ganz unten? Da jetzt. Da sind die jetzt. Beide. Im Park weg, okay. Ich hab zwei Lock hier. Ist das ein anderes Team? Die haben alle Self-Res? Anderes Team. Das ist Mad Max noch irgendwo. Was? Ich hab's überfordert in meinem kompletten Leben. Ja, ich weiß wer Bruce Willis ist. Chat. Ich weiß es, Thomas. Du Ehrenmann. Ich wohne mir kurz. Bruce Willis kenne ich. Der Plotzkopf. Plotzkopf. Hier ist nochmal Totenstelle. Ich sehe niemanden mehr. Jedenfalls waren da zwei im Hang. Oder einer bei mir. Vor mir. Einer noch. Ich hab den auch noch. Oh mein Gott. C4 auf mich. Alter. Das ist der letzte. Auf dem Dach? Ja. Ich hab den. Alter. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Dann snipen noch ein neues Team auf uns. Habt ihr kein Self-Res? Nee. Vor denn. Du musst mich hinlegen. Ja, bleib du da. Die sind da hinten. Bei den Hangern. Bei den nächsten Hangern. Bei Richtung Feuerwehr. Der snipet er wieder. Von Kohle so. Richtung Feuerwaffe. Ich hab ihn lockt. Da. Genau da. Hab ich ihn lockt. Ein bisschen weiter noch. Marker war okay. Ich glaub noch ein bisschen war. Es war nur der M4. Aber ich renne da jetzt einfach rein. Der ist hier direkt vor mir. Ja. Gas ist moving in. New safe zone located. Ich bin tot. Ich hab ihn noch angeknackt. Die haben wir schon nicht Self-Res. Der kommt da rein, Maurice. Hier, hier. Auf, auf, Maurice. Ich komm wieder rein. Ach, super. Ach. 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 Rechts, rechts. Alter. hatt es so chalk up. Nice. Nice, nice. Danke. Da links ist einer. Die rennt gerade Richtung Hangar. Und einer ist direkt vor mir. Da ist One Shot vor dir jetzt. Angie, oui! Oh my god. Oh mein Gott, ich hab zu reingejoggt, Bro. Da ist nur ein Bulletin, der gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What? Was ist passiert? Bro, meine MP7 war auf einmal leer. Ja. Airport, da war auch einer. Ich weiß, die sind ja wirklich überall. Angst, dass gleich einer hinter mir kommt. Ja. Obwohl, der ist hier. No aim ist richtig. Stark. Leben noch. 2 Team, 3. Warte, er ist genau neben hier. Alter, sie haben gerade die Ehre genommen. Ein Team, zwei Gegner. Ich bin nicht so von Pizzilus. Ja. Gut. Das war einfach ein Mad Max, der die ganze Zeit genervt hat. Nein. Das war der, der eben weggekommen ist. Nice. War vielleicht stark. Das war der Stooge. Weißt du, wo eben meinte das Team, der ist weggelaufen und den haben wir nie wieder gefunden. Ja, an Airport war das doch nett. Ja, ja. Der habe ich genockt und er ist ja irgendwie runtergefallen und hat es einfach überlebt. Das war's für heute. Wie heißt das denn hier? Das war's für heute. Vielen Dank.